Hi, willkommen meine Freunde zurück hier bei WoW. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in der Questrolle, wie man Goblins zubereitet. Hier müssen wir diese drei töten, den Manni, Mo und Jack, hier bei der 1. Da fliegen wir jetzt hin. Viel Spaß beim Zugucken. Eben her schütte ich mir noch mal ein Schlückchen zu trinken ein. So, ich würde hoffen, dass wir jetzt nicht dran vorbeifliegen. Ach, die müssen mal retten. Sterben. Gut. Das war Nummer 1. Dann steigen wir wieder auf und... ... ... ... panik in der titanik ich habe aus Versehen noch einen anderen gepolt Oh, haben wir auch gerettet. Grüß dich, Mo. Ah, ja, ja. Okay. Oh, cool. Alles kein Problem. Okay. So. Oh, jetzt kommen wir ein bisschen rauf. So. Oh, dann fliegen wir mal hier wieder zu den Beinen. Voll und Level Up. Voll und Level Up. Bleib sauber. So. Jetzt sind wir wieder. Wir sind aber Ebert. So. 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 Ja, ich weiß nicht. Ah klar. Nein, das auch nicht. Ja, wo ist die Schweige? 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 Ja, wo ist das? Ja, wo ist die Schweige? 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 I love you Das war's für heute. 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 Das war's für heute.